Ja, hallo, hallo, das ist der Gig mit der Mick, äh, der Gig mit der Mick, der Mick, der Maik mit der Geig, ne, der Geige Maik. Ja, ich hab mal gedacht, ich mach heute mal, ne, also, das sieht so aus wie ein Knast da hinter mir, ne, das ist so, ne, all die Bruchbuden, ich hab gedacht, ich mach heute mal ein kurzes Video, ne, und, äh, und dann halten wir uns halt mal, ne, über ein paar Sachen, ne. Es ist ja nicht so einfach, heutzutage, ne, auf der Welt, ne, man muss immer tapfer bleiben, ne, positiv denken, ne, es ist egal, was kommt, ne. Ne, man weiß nie, was kommt, ne, man muss dankbar sein, weil, ha, die Welt ist im Moment, ne, äh, also spielt verrückt, ne, kennt man meine, ne. Es ist ja alles, ne, ne, nicht mehr so fest, ne, alles ist, heutzutage ist da, moin ist es fort, ne, es ist nicht mehr so einfach, an was soll man klagen, ne. Man muss weitermachen, positiv denken, aber das Leben ist kurz, sehr kurz, ne, und, nix mehr versprochen, dass da heute mal später, wenn du alt bist, hörst du was, und alles, die tun dich versorgen, ne, und dir geht's gut, und, 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 und tralalala, und hob's hasar, ja, ha, 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 na, bis wir draußen sind, ist doch noch was da, ne. Wer, wer, ne, kümmert sich um die Leute? Ja, die meisten Leute, die leben von Hand zu Mund, ne. Die alten Leute, die können sich fast nichts mehr laufen. Alles wird zu teuer. Du hast mal Rente gekriegt, oder was halt kriegst du, wenn du Rente kriegst. Oder Pension. Aber alles wird zu teuer. Man kann schon nichts mehr laufen. Man lebt von Hand zu Mund. Dann sagen sie aber, die Mittelklasse ist unsere stärkste Klasse. Ja, aber von denen nehmen sie alles. Die Mittelklasse. Wer hält die Welt am Leben? Das ist die Mittelklasse. Es ist egal, wo du hingehst. Ob das die Amagoner sind. Oder ob das ist egal, wer in Europa. Es ist egal. Die Mittelklasse ist immer der starke Kern, wo alles zusammenhält. Aber lass doch mal die Mittelklasse ein bisschen mehr zukommen lassen. Nicht bloß immer da der Trompehainer und die ganzen R-Prozent Kapitalisten. Die will bloß einzocken. Und es ist eigentlich, Geld ist alles. Es geht alles ums Geld. Jetzt sind wir ganz ehrlich. Wenn es dir vorkommt, Geld ist natürlich in dem Moment nicht schlecht. Aber die Menschheit ist halt nichts zu wünschen übrig. Es ist alles nicht so leicht, liebe Leute. Man muss trotzdem immer wieder den Kopf hochhalten. Weiter machen. Weiter kämpfen bis zum Schluss. Naja, aber da gibt es viele Themen. Auf jeden Fall wollte ich heute mal ganz kurz wieder mal Hallo sagen. Und ab und zu sage ich halt mal was. Oder was mir halt so im Kopf rum geht. Oder spiele ich halt so mal ein Lied. Man steckt nicht drin, wie ich mich halt so fühle. Naja, alles klar. Auf jeden Fall sage ich mal Tschüss. Adios Amigos. Der Geige Mike. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.